Resident Evil 7, wir sind auf dem Schiff, wir haben jetzt den Schlüssel für die Kapitänskabine, wir haben uns jetzt völlig fette Knarre. Ich freue mich drauf, los geht's. Wir sind doch jetzt auf F3, ne? Da muss doch auch hier irgendwo die Strafe sein. Verballer jetzt nicht deine Schuße alle. Ich hab da jetzt noch 3 Stück. Voll gut ey. Hier muss doch irgendwo das Kabel sein, oder? Hier ist glaube ich nix mehr. Lass uns jetzt, ganz oben, ganz oben zur Kapitänskabine leh bitte. Ganz oben, weil der Kapitänskabine lehnt. Hier ist noch ein bisschen mehr Kabel drin. Ne, aber was zu lösen? Ne, jetzt haben wir auch keinen Kron da. Egal. Machen wir doch mal eins. Ich auch. Aber bitte, lass uns jetzt nach oben gehen, zum Zuckerpitänskabine. Ne, und kann mir auch. Vielleicht haben wir schon, ob diese Knarreleidzeit zu haben. Wo das Kabel ist, aber? Keine Ahnung. Schauen wir mal jetzt mal oben. Genau. Hier rein, kletter hin. Wäre nur geil, wenn ich mal den Ruppen wegkriege. Ja, stimmt. Es lädt schon, oder? Da kann nix gut sein. Es lädt, ja. Wir haben keine Energie, wir haben genau 3 Schuss. Ja, nur nicht groß. Voll. Ja, voll. Schau mit der Hase. Boah. Ah. Mal, jetzt werden wir nicht mal raus. Aber jetzt sind wir schon mal da oben. Ja. Jetzt da reinhopsen. Dann sind wir wieder auf der Brücke vorne. So, jetzt nicht. So, jetzt nicht. Boah. Sehr gut. Mach los. Wollt das was? Mach los. Mach los. Ja, wir haben noch ein bisschen. Ah, wir haben noch den. Ja, das ist ja ein bisschen Schindlitsch. Aber gut, dass wir jetzt nicht versuchten. So. So. So, jetzt haben wir noch genau einen Schuss. Ja. Nicht verhalten. Ja. Oh, oh, die rumpelt schon. Eieiei. Na, ich hatte die. Nee, die rumpelt ja. Ja. Jo, wir haben noch den. Und die rumpelt. Ja, wir haben noch den. Ja, wir haben noch einen. Dann kommen wir ja auch 싸unlich. Ja. Hier haben wir noch einen Schuss. Ja. Wie geil. Boah, das war mein Highlight-Moment, wirklich. Boah, war das geil. Jetzt nichts mehr, sagt er. Das war großartig. Ey, sonst gehen die Türen immer zu, weißt du? Ja. Und jetzt? Oh, weißt du mal. Zur untersten Ebene? Ey, die hält nichts mehr aus. Das ist leicht. Das war's gleich. Ich hab schon ja den Mikrofrucht vergessen. Auf mich, Schatz. Aber es war nicht so weit weg. Vielleicht hat man trotzdem gehört, dass es mein Highlight-Moment war. Das stimmt. Boah, Scheiße. Braucht man die Zahn. Och Junge, ey. Ist das aufregend. Heute schon wieder. Wir haben aber erst fast 4 oder so, ne? Ja, halb 4. Warte mal. Das muss doch jetzt mal weggespringt werden, oder? Nee. Christian, wir haben ja schon. Du wolltest ja sprengen. Warte mal. Aber auch schießen, soll ich gar nichts. Wir haben doch schon gesprengt. Ja, ja. Warum? Nein, nein. Aber wieso kann ich was denn mal hinlegen lassen? Ja, weil wir haben es doch gerade gemacht. Ja, doch. Ne? Das macht ja dann keinen Sinn. Also meiner Meinung nach. Ja. Die wollen uns einfach den Weg ganz drücken. Ja. Also jetzt haben wir hier alles dann, ne? Aus dem Raum hier. Hier ist das schon. Also hier ist nichts mehr. Ja. Da kommen wir ja in den Zahn, ne? Ja. Ja. Allerdings. Ich sag mal auf einem Schlag, dann muss ich auch wegkommen. Ja. Echt? Die kaut komplett auf dem Zahnfleisch, die Olle. Das ist eh... Ja, dann muss ich mal runter, ne? Also hier hat quasi neun von zehn Kinderlegels abgerufen. Ja. Ne? Also wirklich. Warte mal, jetzt guck mal. Das Kabel auf der Kante kann ich noch Fahrstuhl reparieren. Warte mal, die Tür mit... Ja, die Tür. Ja, die Tür. Wo ist die Tür? Wo ist diese Tür? Die ist ja nichts mehr. Ne, ne. Also... Das ist hier los. Dann gehen wir einfach mal eine Etage runter. Was? Suchen die Tür. Guck mal. Hier, irgendwie, irgendwo... Was ist denn hier? Nochmal. Dann brauchen wir mit Fernsehen, ne? Boah, gut. Keine Normale, boah. Ja. Auch die Silvester irgendwann, oder? Na ja, gut. Dann... Ich wünsche mir Glück. Ja. Ja. So, ach so, warte mal. Weil die FIFA ist denn hier, ne? Ne, ist der... Der rote Ramp ist jetzt noch größer geworden mit dem Sprung. Das kann sein. Also jetzt sind's neuneinhalb Dingernägel von Sink. Aber bis hier, da haben wir immer neun. Da ist nix drin. Was hat der? Hä? Geben Sie die Probe in der... Ach, geben Sie die Probe! Die Probe! Die Probe! Hä? Ne, tun wir nicht, ne? Oder... Ich höre da schon wieder was. Ja, ich meine ja nur... Der musste ich nur noch an schlupsen, dann fällst du um. Ich höre hier gar nichts. Ich höre hier gar nichts. Ja, wenn er ist nicht mehr drin. Ja, ich weiß, dann haben wir jetzt auch... Du kannst jetzt noch ran, aber guck. Warte mal, hier waren die Tür. Die Tür. Kann sein, dass die? Ja, selbstverständlich. Die ist doch. Mensch, dann hätten wir ein bisschen Erdrauch. Boah, echt, ey. Diese Pfeifige Pfeifige. Ist doch. Das war dann hier die Ecke, wo die alles auseinandergenommen hat, ne? Genau. Die Kleine. Ja. Da kommst du rein? Ne, da kommst du rein. Ne. Und hier hat's... Ja, das war das, wo sie alles auseinandergenommen haben. Ja. Ja. Brrr. Die aufregt das. Sprecher. Aber jetzt wär halt echt geil, wenn wir irgendwas zum Heilen hätten. Ja. Was sagst du? Ist doch leicht. Boah, ist das jetzt schon mal ein Scheißmoment für dich mit der Sonne. Ne, das ist eigentlich ganz cool. Ich mag das ja. Das ist echt. Aber jetzt brächt... Nö, jetzt brächt das jetzt gar nichts. Also hier... Das ist ja mal richtig. Aber wir haben nichts zu mischen. Zum Heilen. Keine Frau, ne? Ne. Keine Frau, das ist jetzt nicht klar. Ja, weiß nicht. Wie ist das denn? Danke für nichts. Oh nein. Oh nein. Was ist da denn los? Wo kam die denn jetzt her? Oh Mann. Ja, aber jetzt haben sie noch Kabel, ne? Ah! Ja, siehe. Ist denn hier, du? Wo ist der? Da. Da. Oh, der kommt doch so sicher. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war ziemlich blöd jetzt. Jo. Ui. Und jetzt? So, jetzt nehmen wir noch ein paar, oder? Ja. Oh Jumme, ey. Und das ist da auch. Boah. Das brauchen wir für den Aufzug. Genau. Das ist jetzt noch eine Sicherung. Du kannst da einfach die Sicherung sein, die da läuft. Das wäre gut, ne? Weiter nach links. Ja. Ja. Ja, also dann. Boah, Junge, ey. Was für Scheiße, ey. Echt, ey. Aber das ist auch so. Oh, immer mal gebraucht. Ach. Die Hüftung. Die Wester wird immer besser. Ich hab doch nicht gesagt, muss ich spremieren. Die geht nicht? Ja, das ist natürlich auch. Du kannst gar nichts tun. Ja. Ich hör nur irgendwelche Geräusche. Dann guck ich, dass der noch nicht mal sagt, das ist verschlossen von der Seite oder so. Scheiß Spiel. Voll fahrrad. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Kabel. Ja. Wie hört direkt? Nein, das war. Das ist das so. Warte mal, guck mal auf unserer To-Do-List, was er jetzt aufsteht. Guck mal, siehste? Zeig den Fahrstuhl-Pabin. Ja, und das nur eine Sicherung. Aber da stand erst, den Fahrstuhl reparieren und dann muss ich ja auch. Ja. Wir stecken erstmal das Kabel erst rein. Ich würde sagen, wir haben da sonst noch zu tun. Nee. Bitte. Warte mal. Ja. Jetzt ist die Tür mit dem... Es steht gar nicht mehr drauf. Es steht gar nicht mehr drauf. Wo war das? Keine Ahnung. Nee, das haben wir ja gemacht. Die Tür mit dem... Es haben wir ja als Erkrankweise. Kann haben wir doch... Ich kann mir auch nicht an alles hinhalten. Ja. Da haben wir schon Kabel. Ja. So. Und jetzt noch eine Sicherung. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Wo soll die denn jetzt mal sein? Wir sind jetzt von oben gekommen, ne? Äh. Jetzt mal eine andere Frage, ne? Alle. Da haben wir jetzt nur ein Höher. Ja, ne? Warte mal. Wir sind doch jetzt. Wir sind doch von da. Von da. Okay. Wo soll denn jetzt noch mal... Es ist wahrscheinlich auch jeder Etage ist ein Scheiß. Dann gehen wir jetzt hier rein, ne? Ja. Unten waren wir schon? Da sind wir von da jetzt gekommen, ne? Nein, wir sind von oben gekommen. Das hört sich schon wieder nach. Da kommt doch irgendeiner. Oder sind wir da? Nee, so atmen wir jetzt auch nicht. Boah, ey. Na komm. Ey, guck mal. Der Bildschirm ist jetzt schon mehr rot als das, was wir sehen können. Ja, das ist echt so. Wirklich, das sind wir mal hier. Aber ist gut. Dann können wir die jetzt nämlich alle kalt machen. Hoffe ich. Mhm. Dann muss es ja irgendwann auch wirklich sein. Ja. So, dann brauchen wir auch einen Siebenstandpreis. Ich brauche einer. Ich will es nicht mehr da. Und hier brauchen wir auch nicht mehr. Oh. Auch wieder so. Boah, ja. Da muss ja jetzt hier was sein, ne? Wenn das bei uns. So, wenn ich ja das mal. Cool ist. Guck mal da. Das ist ja wo doch. Ja. Ja. Wann wir davon schauen. Super. Lüfte auf. Munition. Ja, da ist Videorange, ne? Ist ja alles so kompliziert. Ja, guck mal. Das trägt's aber jetzt hier. Oder war das auch im Video. Ja, ne? Mhm. Was ist das denn da? Das ist, weil jemand drin ist, ne? Aber was ist denn? Ja, ich weiß nicht. Aber warum kam der Dicke denn jetzt da raus? Das versteht nicht. Ja, dann ist hier nichts. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Boah, weiter. Nein, du weißt noch mehr was. Ja. Aber das sieht ja ziemlich dunkel aus, nicht? Den darfst du mal sehen. Ja, das ist gut. Warum? Ja, hier ist genau, ja. Ach so, ja. Gut. Ja, dann machen wir uns weiter auf der Suche. Die Sicherung. Was ist denn da? Was leuchtet denn da? Ist das die Sicherung? Na, das ist doch hier der Raum, wo wir, ähm, hochklettern mussten. Da. Ach so, ja. Und da war er jetzt, ja. Ach so. Es sei denn, warte mal, da war doch so ne Kuchenstift. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass das in dem Ding drin ist. Ja. Aber, ich sag ja nichts. So. So. Ne, ne, ne. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Oh, der kommt nicht. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ich verstehe doch mal auf dem Ziel. Wie gehst du denn da? Ich meine, vielleicht auch mal so an die Sicherungskästen gucken, dass man da halt einfach eine Sicherung rauslegt kann oder so. So, hier mit der Pfüller, ne? Ja, knapp. Machen wir mit dem Licht. Dann kann man ins Abo heben. Danke. Ja. So, das geht gar nicht, ne. So, das geht gar nicht, ne. Mal gucken. Wo brauchen wir den Anfang. Und hier haben wir der Auto mit? Ja. Ich habe ja vorhin den Auto geholt. Ja, hier. Kann doch. Ja. Wir haben da nur noch zu mischen. Ja. Dann nehmen wir hier einmal. Ja. Dann nehmen wir hier einmal. Dann machen wir einmal. So. Cool. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Ja. Wenn wir da nichts finden, haben wir uns jetzt von oben nach unten. Ja. Was war da rings unten? Ja. 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 Dann gehen wir über den Päuschen weiter runter. Ja. 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 Das war das. Ja. 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 Es tut, aber auch mal Zeit. Ja. Wir sind lange nicht gehoren. Da steht, dass vier beiden vermoldet. Ja. Ja. Komm. Ich will weiter spielen. Ja. Na komm. Ja. Warum haben wir denn keine Gesundheit jetzt? Die Frage ist, was haben wir jetzt alles noch? Ist das Kabel jetzt da drin? Ja. Okay, das ist halt cool. Aber wir haben halt keine, guck mal, wir müssen nur die Sicherung finden, also alles wie immer. Ja, also hat er hier geschreut, hat das Messer aber so was. Also gehen wir jetzt runter. Ja, aber wir haben, ja wir gehen runter und dann kommt er wieder und dann sehen wir das vor uns. Ja, dann müssen wir, äh, rein. Ich komme rein hier. Aber jetzt. Ich frage jetzt, ist das Kiech schon da? Ne, ist es doch rein. Doch, da ist es. Oh mein Gott, da ist es. Das ist jetzt richtig gemis. Ja. Oh, oh. Boah, Junge ey. Ist der andere auch schon drin? Ja, ich glaube schon. Meine ich, oder? Ich sehe nichts mehr. Ja. Oh ja. Aber warum? Ohne Scheiße, sagen Sie das genauso gut? Eine gute Backstühle vorhin auch. Ja, eigentlich schon, ne? Soll mich nicht stören. Jetzt haben wir uns von oben nach unten da warten. Die Scheiße hier. Überall mit Zettel. Ich weiß aber auch nicht mehr viel kommen, weil das ist jetzt hier noch nicht viel. Ja. Dann, äh. Und hier waren wir ja schon ganz unten. Ja. Und hier ist ja auch nicht da. Da fehlt mir auch. Da ist auch nichts dran. Ja. 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 Das dauert bloß. Oh, nein. Ja, das dauert bloß. Ja. Ja. Kann ja nicht mehr. Da muss doch auch eh eine Sicherung sein. Da kann die ja nicht hier unten sein, oder? Da muss doch auch eine Sicherung sein. Da kann die ja nicht hier unten sein, oder? Da muss doch eine Sicherung sein. Ja, das stimmt, ja. Oh, Mann. Was war denn nochmal hier? Da haben wir die Sachen hier. Ja. Ja. Was war denn hier? Ja. Ja. Schau. 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 Dann kannst du die doch mal rausnehmen. Ja. Ja. Wir haben die selbst da reingestickt. Ja. Ich weiß. Oh, Mann. Wie dumm ist das denn so. Und jetzt fack ich die wieder hier rein, oder was? Jetzt mal ins da. Oder fack ich die in den Fahrstuhl. Ja, kannst doch mal da. Gucken, was passiert. Boah, das war jetzt richtig schlecht, ne? Oh, wir haben noch eine. Ja, und nun? Ist die da passiert? Ist die da drin? Oder haben wir die da hergeholt? Ja, da haben wir die hergeholt. Achso, wir brauchen ja noch eine für Fahrstuhl. Nehmen wir den so tief in den Fahrstuhl. Ich weiß ja nicht, was passiert passiert, wenn wir die da lang haben. Kein ne. Wir nehmen jetzt diese Kaffsicherung, ne? Jetzt kann alles passieren in dem Spiel. Wo wolltest du nochmal eine Fahrstuhl? Ja. Ich weiß ja nicht, was passiert passiert, wenn wir die da lang haben. Irgendwohin war der im Kreislauf von Fischer. Boah, ist das schlecht, ey. Wir haben die Sicherung da reingebracht. Echt, ey. Manche? Kann das doch klar sein, dass wir die einfach da rausnehmen und... Aber meint, ich hab an die Sicherung gesagt. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wo ist denn jetzt der Fahrstuhl? Kann doch nicht sein. Hier sind wir doch irgendwo vorangekommen. Da saß da viel neu in der Ecke. Ah, ja. Elevator. So, Leute. So, dann sind wir ja direkt hier. Genau. So, erst weiter. Genau. Und... Oh, da geht's. Oh, jetzt in S2, ne? Jetzt kommen wir auf S2. Einmal S2 und ein bisschen Kraut. Und Heilsalbe. Ja, das wär ein Schreck. Ich bin kein... Monster-Zaum. Er wartet. Ah, na, 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 na. Oh, was passiert? Ja, ist gut. Ich hätte nur mal ein bisschen... Ja, starten. Mal schauen. Schau oben. Und jetzt? Ja, auch nicht. Ich hab' vorbeischem. Und? Ne. Ich hab' nicht drauf. Aber kann das auch anders spielen gewesen? Hast du jetzt hier Milien da eingesammelt? Ja. Ja. Ich warte nur auf das Spiel. Ne, ne. Aber warte ich nicht erwisch. Ne, das wär's nicht. Ich mach' einen, krei. Er lag schon mal nach. Ja. Aber hier. Komm. Was ist denn nur mal Munition, damit man weiß, ob jetzt vielleicht viel geballert? Ja. Ja. Guck mal. Nur rot sieht. Ja. 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 Jawohl. Jetzt sind wir mal mit ihm auf die Musik. Das sind ja. 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 Möchtest du da. Ja. Ja. Das ist alles voll im Gesicht. Ja. Ja. Der ist ja nicht mehr. 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 Oh, das kommt noch hier. Aber das kommt noch. Ah, das ist unser Vorreder. Das ist scheiß Musik. Was soll man hier machen? Kann man auch mal aufmachen? Normalerweise kann das Spiel vielleicht nicht Ende sein, weil wir nicht in den Lübschern haben. Nein, aber ich bin noch verlaufen bei Ebay. Ich gehe mal jetzt hier rein. Nein, da gehe ich nicht erst. Ich gehe mal jetzt hier rein. Ich bin noch mit dem Lübschern. Das muss man noch unterwünschen. Das muss man noch unterwünschen vielleicht. Hm, hat es da so ein Grave? Ja, je nach Wappung. Okay. Okay. Dann komm ich mal drauf. Seid nicht ohne Scheiß. Das ist so. Die übertreiben wir echt mal, ne? Ich nehme gleich mal ne Arsch dazu raus. Ich hab mal Bock mehr. Erleicht's? So, da ist die Pferde. Ich will, dass du etwas für mich machst. Okay. Oh, ach nee, das ist ja nur Hallo. Das stimmt ja. Ja, und jetzt? Da ist er eben. Ja. Was mach ich jetzt? Keine Ahnung. Speichern. Ethan. Ethan. Hä? Hä? Hey, schschsch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich werde dir nichts tun. Was? Ich hätte es nie getan, wenn ich die Kontrolle gehabt hätte. Hä? Ich bin kein Killer, Junge. Auch nicht, Marguerite. Das ist dein Wohnzimmer. Oder mein Sohn, Lucas. Oder unsere Summi hier. Das Mädchen Evelyn. Sie steht dahinter. Was zur Hölle ist sie? Was hat sie euch angetan? Sie hat uns mit ihrer Gabe infiziert. So, nennt sie es. Ich fand sie in einem gestrandeten Tanker im Bayou. Danach hat sich alles verändert. Was? Sie hat euch infiziert und die Kontrolle übernommen? Nein. So einfach ist das nicht. Sie macht nur... Sie dringt in deinen Geist ein. Und deine Seele... Du kannst dich nicht wehren. Du bist mit ihr verbunden. Und hast einfach diesen Daumen zu. Du bist ein anderer Mensch. Genau wie Mia. Also hat mir Mia die Nachricht wegen Evelyn geschickt. Ach, hör zu. Das Mädchen will nur eine eigene Familie haben. Sie ist der Schlüssel. Okay? Du musst sie finden. Und aufhalten. Das ist aber nicht mehr für 18. Du? Ethan. Betreibe eine Familie. Bitte. Krass. Ja, das Spiel ist gleich Ende. Wir haben gleich alles in die Luft. Ja, das Spiel ist Ende. Ja, warum hat er jetzt... Warum Jasen jetzt da entwunsen? Ich schätze gar nichts. Die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Was sagst du ihm? Tu ihm nicht weh. Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Erinnerst du dich? Wir haben keine Zeit. Du musst... Du musst hier raus und sie finden. Her. Nimm das. Was? 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 Was machst du? Was machst du da? Warte dein Leben. Du musst gehen. Ich kann mich hier nicht mehr lange widersetzen. Nein. Los, bring das kleine Miststück um. Nein. Nein. Hier. Nein! Ey. Verweich doch nicht den ganzen Scheiß, damit sie mich dann jetzt auch sperrt. Ey, nicht wahr. Was ist das denn für eine Logik? Ihr kleines Miststück. Wo zum Teufel bist du? Ja, wenn das Ding ist. Ja. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Und gleich steht die wieder vor. Ja. Irgendwo. Ja. Von jetzt? Ich wüsste dich. Ja. Oh, so viel. Wie geht's? Jetzt können wir nicht mal mehr die Luft da. Jetzt müssen wir nicht mal die Masche kriegen. Sorry, da. Was ist denn hier? Was ist denn das denn? Fischpisch? Ja, das ist falsch. Aber der schwimmt ruhig. Ja, mir oder was? Ja. Ruhig. Hm? Das ist mir nicht falsch. Ja. Nicht mehr Hosen. Ja. Für mich frisch auch noch. Wie im Jum. Oh, das ist richtig eklig, ne? Auspressen und wenn du das ertrinken willst. Aber muss das nicht sein, ist schon richtig gut. Ja, das ist schon wieder genug. Ja, aber das ist ja nochmal gut, gell? Hm. Aber langsam wird der Rest wie ein bisschen viel. Ich führst das dann langsam nicht mehr los. Immer noch jetzt. Was ist denn hier? Das ist aber Kronly, das. Hörst du der Frage, was ist denn hier? Ja. Kannst du da umdrehen? Beobachten. Okay. Dann kann ich aber bestimmt noch Hilfe rufen. Alpha 1, hier ist Bravo 1, bitte kommen. Hier ist Alpha 1, Bericht, habt ihr was? Eine Durchsuchung des Baker-Anwesens hat keine Überlebenden ergeben. Ich wiederhole, keine Überlebenden, wir fanden aber Hinweise auf einen Kampf. Erwinnen. Negativ. Doch wir haben verschlüsselte Nachrichten vom Sohn der Bakers, Lucas, an einen unbekannten Treppen gefunden. Du kannst dir wahrscheinlich denken, wer das war. Das ist großartig. Er soll im verlassenen Bergwerk südlich des Anwesens sein. Ich werde nachsehen. Roger, wir werden dich an den Koordinaten treffen. Wenn ihr Evelyn begegnet, lautet euer Befehl sie zu eliminieren. Ich wiederhole. Eliminiert sie. Okay, warte. Jetzt muss ich einfach ein bisschen überlegen. Könnte das jetzt so das Gerüst nicht für den Endkampf sein, vielleicht? Ich weiß ja nicht. Bomben... Ja, das könnte sehr vermutlich sein, ne? Guck mal, wir hatten nichts, jetzt können wir alles wieder nehmen. Ja, doch geht. So. Ach jetzt kann ich die Flitter weiter mitnehmen. Jetzt habe ich den Granaten nach, aber die flinke ich. Mit dem bist du ziemlich zielsicher. Ja. Äh, haben wir das Ding entstanden? Nein, dann kommt's. Sieht ja, vielleicht können wir den aber nach oben. Pistole haben wir mit ihm. Zack. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Ich weiß nicht, ob die defekte Pistole war. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Wenn wir die bei einem anderen Fjerkauf vorbeibringen können, oder so, dann dafür eine antike Mütze bekommen. Ich weiß es nicht. Boah, scheiße, ey. Ja. Na ja, gut, ne? Dabei bringen wir uns ja sowieso nicht mehr sowieso machen. Warum sind da noch neue? Das Spiel muss ja noch lange gehen. Wenn wir da neue Münzen... Wahrscheinlich haben wir die Hälfte gar nicht. Ja, das ist doch nicht. Was ist denn jetzt hier? Ich muss ja erstmal hier gucken. Rechts ist Maschine. Oben. Stole, unten. Schlammer 5. Schlammer 5. Schlammer 5. Das gehen hier so komplett ohne Musik. Das ist auch komisch. Auch noch stehen wir jetzt zu Schuss, ey. So. So. Boah. Kann ich mal wieder spielen lassen. Ja. Hier wird schon wieder so dunkel. Mhm. Kommt jetzt schon jemand. Seidst du jemanden? Schlammer. Besser mal schießen mit. Jetzt kommen alle. Jetzt kommen wir alle. Jetzt kommen wir alle. Ach, 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 jetzt kommen wir alle. Ja. 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 Also für die erste Waffe, die wir gerade hattest, er hat es ja da wohl nur einen kleinen Waffen hier hinten. Ja. Ja. Dann kommt ihr mal krampft. Dann kommt wieder alles weg. Ja. Ja. Na, komm, lassen. So, jetzt kommen wir alle weg. Oh. 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 Ziehl! Oh. Was ist denn mit. Ach, nach hier? Oh. Oh. Oh, wo ist das? Was ist das? Ach ja. Jetzt holen wir mal. Ich drück auf den Kipp hier. Waren wir runter? Nein. Wir gehen immer hoch, Mann. Hä, wir fahren jetzt runter in Zeche. Ach, höre auf, ey. Zeche jeweilig. Ich hab jetzt hier. Schön dunkel, dass man da nix sieht. Ja, überhaupt nix, ne? So muss das sein. Jaaa. Okay. Alles klar. So, äh. Aus dem Schliff. Oh nein. Oh nein. Oh nein, jetzt kommt die. Und jetzt? Nein, ich denke, das wird auch runter. Ja. Und jetzt? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, noch nicht. Vielleicht machen wir das. Ja. 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 Hoppala. Vorricht. Aber jetzt gehen wir mal. Das ja. 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 Ja, ja. 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 Das ist ein bisschen Nordpol Expedition hier gerade. Ja. Wo willst du lang? Rechts, drach auf oder links? Ich will mal rechts. Wenn du eins, dann zwei oder drei. Das ist normal. Vielleicht noch besser um Wupps zu spielen. Dann geht's sicher. Oh, oh, oh. Das Gammel, das Gammel. Oh, oh, oh. Boah. Jetzt hab ich den Fiddy gemacht. Das war eine starke Aktion. Ah, der Leckon. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Das versteht sich. Ah. In die Richtung hast du den Karun vor. Scheiße. Muss mein Auber sein, ne? Ja, nur jetzt gleich ist alles futsch. Wo kann man jetzt hin? Nimm dich hier lang? Wow. Hier hieß ja nichts. Alle sind mal falsch gelaufen. Ja. 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 Das ist dann das hier. Ein bisschen schieben. Ja. Ah, der Hälfte. Das braucht er doch nicht. Gut. Oh, okay. Ja, das ist ja nicht. Ja. Oh, okay. Ja, das ist ja nicht. Oh, okay. Ich hab ja auch nur noch einen Schuss. Das ist ja nichts. Ja. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Sehr gut. War da auch noch ein Bild noch aufgekommen? Okay. Das ist ja nichts. Das ist ja nichts. Das ist gut. Ganz normalerweise. Softer, ja. Nein, das ist gut. Wollen wir noch mal ganz gut? Nein. Ach, reicht das schon mal. Ja, hätte ich noch reichen. Oh. Gute Entscheidung. Ich kann doch bestimmt jemand an hier angucken. Ich kann nichts mischen. Was kannst du da mal? Oh nein. Ach so, warte mal. Dann der Freitag der 6. und der noch 2015. Waren wir nicht noch mal irgendwo auch mal in 2016? Ich dachte nicht mal. Da waren wir doch in der Zukunft, oder? Ja, das war glaube ich bis in die Gegenwart. Okay. Sieht lustig aus mit dem Kopf. Versuch das mal zu lesen. Okay. So, na gut. Oh, na gut. Ich glaube. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ach so, das ist ein Arzt hier. Ja. Ja. Perf aus der flcage. Das hört sich nicht gut an. Was hat er jetzt schon wieder? Ey, das ist doch... Du kannst dich noch an den Koffer erinnern, den wir da gesehen haben, wo einer was rausgenommen hat? Ja. Das ist doch ein Koffer. Ach so. Ach so. Und da war doch oben so eine Anleitung irgendwie... Warte mal, wir können doch hier... Nein. Falsch. Nehmen wir da rein. So. Dieses Ding jetzt hier. Das hier. Kommt doch rein. Das ist doch dieses... Ja, weiß ich jetzt. Irgendwelche Gehenmaterial oder so. Ach ja, von den... Ja, genau. Was ist das hier? Gehenmikrotik. Ach so, ist das wahrscheinlich vom Gegengefühl. Genau, das geben wir ihr quasi. Sagen hier, bitteschön. Ja, nimm mal. Mach mal auf. Und dann sagt die Danke und geht's mir für alle eine große Familie. Warte mal. Ja, warte. Ja, warte. Also... Simuliert werden, die Sätze nach oben. Okay. Jetzt gucken wir mal nochmal, was das genau ist hier. Einmal nur... Und irgendwie... Kannst du mich vernichten? Wenn man... Oh, vielleicht kann ich sie vernichten. Ach so, okay. Also wir wollen sie doch nicht hätten, wir wollen sie tippen. Ja... Oh... Ja... Ein bisschen tauschen. Können wir dann wegpacken? Ja. Wir müssen aber früh gerade hatten. Rüste dich jetzt hier nochmal so aus, wie du haben möchtest. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt hier ein Ende entgegen. Wir machen jetzt hier nochmal einen kurzen Break und kommen dann vielleicht zum Letzten. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Mach du mal weiter.